Ja ne, ich muss morgen noch zum Büro. Ich glaube, ich trinke hier mal nicht weiter. Müssen wir heimfahren. Ja, das ist auch. Wie lange ist es von hier bis zu euch? Von hier? Stündchen noch? Ja. Ja, für mich auch. Okay, wir sind wieder live. Ja, wir sind wieder live und Nico hat es aber prophezeit, es käme noch hier, weil er aber stattdessen hat einfach der letzte reguläre Gast den Laden verlassen, während wir oft waren. Ja, insofern sind hier jetzt nur noch Ralf, Nico, Patrick und ich und ich glaube, Anselm ist irgendwo hinten im Lager und sucht irgendwo Kram raus oder so. Ich schau nicht dran. Ja, also den könnt ihr gerade nicht sehen, aber es ist noch irgendwo hier. Also ich wollte noch fragen, was war Splittemund-Romane? Genau, ja, Splittemund-Romane. Das wäre jetzt naheliegend, über Feder und Schwert Splittemund-Romane rauszubringen. Das wäre es wohl was, ja. Ja. Ja, haben wir vor. Ja, machen wir, machen wir. Erster Roman ist geschrieben, fertig geschrieben. Oh, von wem? Was? Wie, wo? Anton Weste. Anton Weste? Anton Weste. Nice. Ja. Ist gerade im Lektorat und es ist geplant, dass der auf der Heinz-Konne-März-Premierer hat. Das ist der Plan. Also ich hoffe, dass es klappt. Gibt es schon einen Titel und worum geht es? Wo spielt es? Ja, gibt bestimmt. Ich weiß es gerade nicht. Tag war lang. Ja, allerdings. Ja, und es ist auch geplant, das dann weiterzuführen. Cool. Aber der erste ist halt konkret schon sehr, sehr weit. Bin gespannt. Okay. Wie steht es aktuell und wie ist, sind noch Leute da überhaupt im Chat? Wie viele Leute schon im Chat? Wie viele kann ich gerade nicht sagen, weil ich den Stream gerade gestartet habe. Es dauert dann immer ein bisschen, bis sich das upgedatet hat. Bis reinkommt, wie viele Leute da im Chat sind. Ja. Und wie viel ist reingekommen jetzt? Ja, das werde ich gleich sehen, wenn die Anzeige reinkommt. Ja. Okay. Da bin ich ja sehr gespannt, was da reinkommt. Jo. Was geht, Checker? Hallo. Na super. Hi. Hey, ähm. Jo, was geht? Ich gucke mal vorbei. Ähm, das... Ja. Ähm, du darfst... Wir haben so eine Grappelkiste. Was habt ihr? Antichristo ist vorbeigekommen. Ja, ein neuer Kunde sozusagen. Du darfst möglichst blind in die Grappelkiste greifen und dir was raussuchen. Sind Rollenspielsachen drin und Miniaturen und Comics. Was für eine Scheiße. Ne, eine Sache. Ey, das ist Vampire Requiem, das ist nicht jeder, meine Sache. Eine Sache. Hallo, äh, uns blind. Hey, diese Würfel bringen doch gar nichts. Die haben keine Zahlen drauf. Was genau? Ich nehme das hier. Also, es kann nicht so scheiße sein. Da ist schon mal so ein cooler Krieger hinten drauf. Ey, ist ja auf Englisch. Äh. Ich nehme das. Das sieht ganz gut aus. Ja, ich glaube, das passt zu dir. Sieht halt nicht so scheiße aus, wie der ganze andere Scheiß war. Ne, äh. Ja, was geht? Ich mache mal, ich tue das mal hier wieder zurück in die Müllkiste. Äh. Was geht? Ja, will ich hier was auspacken oder weswegen bist du vorbeigekommen? Äh. Ja, ich habe gedacht, da gibt es bestimmt was zu unboxen. Vielleicht, äh, vielleicht die Box da. Soll ich die mal, soll ich das auspacken? Ne, das ist ein Scherz, Scherz. Äh, ich packe nicht aus. Machen wir Platz. Danke. Was ist denn das da? Das ist ein Ork-Stampfer, das ist ein, ein Garant für Warhammer 40K, für die Ork-Fraktion. Ich dachte irgendwie, jemand hat vergessen, so seinen Elektromüll hier abzumelden und den einfach bei euch auf den Tisch gestellt. Hat ein bisschen Ähnlichkeit dazu, aber das ist eine Designentscheidung, weil die ganzen Ork-Sachen so aussehen, als hätten sie einfach Schrott zusammengebaut, weil das Inward die Erklärung dafür ist, wie ihre Sachen aussehen. Voll der Betrug, ey. Irgendwer hat einfach keine Gole gehabt, um so eine blöde Figur auf den Markt zu bringen und hat dann irgendwie einfach so, sein Sohn hat so ein paar Plastikteile zusammenkleben lassen. Also tatsächlich finde ich das Design tatsächlich sehr detailverlieb, wenn du mal guckst, dass da überall Klappen drin sind und noch irgendwie Kram. Also das ist nicht so, dass es, das soll absichtlich halt kaputt aussehen, aber da ist sehr viel Arbeit reingegangen, das so zu designen. Was ist das ganze Zeug hier, diese ganzen Bücher? Das ist, ähm, Teil, wir machen eine Charity-Aktion, das ist unser Charity-Stream gerade. Ich dachte, deswegen wärst du vorbeigekommen. Guck mal, die Würfel hier sehen aus wie aus dem Müll, Müllkiste. Nein, das sind tatsächlich sehr, ähm, sehr besondere Würfel, die sind für X-Wing, kennst du das? Das ist ein Miniaturen-Spiel für Star Wars, wo man Raumschiff, äh, so Raumschiff, die Dogfights. Ja, so X-Wing Armada, hab ich mal gelesen. Das, äh, es gibt Armada für Star Wars, das ist das, wo man die Großkampfschiffe spielt und X-Wing ist das, wo man die kleineren Schiffe spielt, also die Kampfjäger. Das ist überhaupt keinen Sinn, warum macht man zwei Spiele, die genau das gleiche behandeln? Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage, ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass Fantasy Flight das macht, weil sie da mehr Geld machen können. Finde ich scheiße. Es sind zwei komplett unterschiedliche Spiele, komplett unterschiedlich. Siehst du nicht, dass wir hier was drehen? Nee, das ist Reif, das ist sein Laden hier. Und das sind die besonderen Würfel, die rausgekommen sind zu einem Turnier und die sind sehr selten. Und was macht ihr damit, das verkauft ihr oder was? Ja, die Leute können spenden und zwar in die UNO-Flüchtlingshilfe und pro 5 Euro, die sie spenden, kommt ihr Name einmal in den Lostopf und am Ende des 26.12. werden dann unter allen, die jetzt teilgenommen haben und die dann später über YouTube noch die Infos dafür bekommen und teilnehmen, diese ganzen Sachen verlosen. Da sind eine Menge, ähm, teilweise auch sehr, sehr teure, exklusive Bücher bei. Die Leute spenden für den, also ihr habt doch einfach nur ein paar Sachen aus der Müllkiste dahingelegt und dafür spenden die. Also ich glaube nicht, dass das Sachen aus der Müllkiste, da sind teilweise Bücher drin, die, ähm, wenn du sie über Ebay kaufen würdest, weil du sie sonst nicht bekommen kannst, die 100 Euro kosten würden. Ah, jetzt machen wir doch eins, ihr überhaltet das einfach. Nein, das schicken wir tatsächlich raus. Und wir über, also, ähm, teilweise unseren Partner, der Urlaub-Verlag, schickt auch teilweise von den Sachen mehrere Ausgaben raus. Das geht direkt am Patron, oder wie das heißt, ich komm. Aber lass sie ruhig, ne, spendet viel, spendet hier, wie viel habt ihr zusammen, 20 Euro? Also wir waren zuletzt bei 690 Euro. 690? 690 Euro für die UNO-Flüchtlingshilfe. Das ist ja nichts, ne? Man, da können die sich auch nichts von kaufen, so. Das geht alles für, die haben Personalkosten 50 Prozent, Verwaltungkosten 50 Prozent, da kommt am Ende nichts an. Das landet alle irgendwo bei der Diktatur. Ich weiß tatsächlich nicht, wie genau die Aufrechnung von der UNO-Flüchtlingshilfe ist, aber es ist eine von den besseren Organisationen. Natürlich hat jede von denen Overhead, aber von den 690 Euro ist es nicht so, dass dann nichts tatsächlich als Hilfsleistung ankommt. Beziehungsweise der Overhead muss auch bezahlt werden, sonst funktioniert das nicht. Ich glaube nicht, dass ihr denen das gebt. Ich meine, wer merkt denn schon, wenn da was fehlt, ne, so, sag ich mal. Ja, ich meine, du merkst auch nicht immer, wenn was fehlt, oder? Es ist jetzt halt eine sehr unspezifische Frage. Keine Ahnung, ich meine, wenn da irgendwo mal was abhanden kommt, das fällt einem ja nicht sofort auf. Ja, ähm, Leute sagen mir nach, ich werde ein sehr unordentlicher Mensch und würde schon öfters mal was verlieren. Und das stimmt vielleicht auch, aber... Ja, scheiße, wie lange macht ihr den Stream schon? So 20 Minuten, wie viele Zuschauer habt ihr denn so... Ich weiß nicht, wie viele Zuschauer wir jetzt gerade haben, weil wir den Stream eben neu gestartet haben, wovor du reingekommen bist, dass der... Machst du ja noch nicht so lange, ne? Wie viele Leute sind das hier, äh, äh, Steff? 46. Gerade sind es nur 46 Leute, aber wir streamen auch schon seit 17. Ja, ich meine, kann nicht jeder halt mal früher so Millionen, Millionen Klicks gehabt haben, ne, so ist es schon okay. Aber das ist ja okay, deswegen habe ich euch ja so als Partner-Kanal, um euch so ein bisschen zu featuren, damit ihr auch so ein bisschen Fame abkriegt und ein bisschen groß werdet, ne, so. Haben wir überlegt, ob ich euch nehme oder... Keine Ahnung, hier so... Keine Ahnung, wie sie alle heißen. Aber ja, das ist ja ganz gut. Dann könnt ihr euch so ein bisschen in meinem Fame hängen. Ach, weißt du, ich habe gehört, das tut einem nicht gut und macht dann verdirbt den Charakter oder so, das brauchen wir vielleicht einfach gar nicht. Ich glaube, glaube ich nicht. Also, ich meine, mir hat es nichts angetan. Ich bin immer noch der gleiche Typ wie früher, immer noch True, ne, immer noch Go Have Yourself. Hat sich ja nichts verändert. Ja, aber ich war eigentlich nur kurz vorbei. Das war schon dein Motto, bevor du Goblin-Flicker hattest. Klar. Damals hieß das aber noch was anderes. Ich habe einfach mein altes Motto genommen und habe mir so was Neues dazu ausgedacht. Und ich meine, ich habe dann diesen blöden Namen genommen, und damit es irgendwie klar wird, dass ihr so zu mir gehört, so ein bisschen, damit die Leute euch auch cool finden. Und euch halt auch gucken. Ja, na ja. Nee, aber ich gehe jetzt mal wieder. Also, es ist echt, keine Ahnung, ich finde es ja auch ein bisschen schummrig, ein bisschen dunkel hier drin. Das gefällt mir irgendwie nicht. Also, ich gehe mal. Ey, du hast noch mein Mikrofon. Du kannst nicht einfach mal mit dem Mikrofon gehen. Ja, scheiß Limonizine ist noch nicht da. Ich bin mit dem Taxi gekommen, aber die muss mich jetzt abholen. Also, ich muss noch ein bisschen hierbleiben. Ja, wir können ja über irgendwas reden. Ich kann ja... Soll ich jemanden interviewen? Will jemand interviewt werden? Komm mal, hier, du. Komm mal hier rüber. Yo, was geht? Ich bin Antti Christo von Goblin-Flicker-TV. Wer bist du so? Der Steff, glaube ich, auch. Du bist, der weiß auch Steff? Nee, der Steff hat keinen Bart. Ja, bitte? Okay. Das ist dieser andere, dieser Amsel, der hat einen Bart. Der Amsel, ja, ja, ja. Es ist... Ja, was machst du? Bist du hier einfach nur so ein normaler scheiß Nerd? Ja, vor allen Dingen das, ja. Klar, natürlich. Hey, seid mal still, wir drehen hier, bitte. Wir können nicht, hättest du mich nicht vorwarnen können. Ja, okay. Okay, also du bist so, weiß nicht, Stütze und kaufst dir so ein bisschen Rollenspielzeug. Kannst du doch einfach illegal downloaden, hab ich auch gemacht. Toll. Äh, ja, aber das mit den Card-Games geht da nicht so einfach. Bist du hier? Drückst du dir einfach aus. Als irgendwer im Internet abfotografiert, druckst du dir aus, kannst du spielen, ist doch kein Problem. Das ist eine gute Idee eigentlich, ja. Das können wir mal... Ey, ey, was machst du? Was ist los da? Ey, ey, ah, ah, immer. Hau mal, ich muss hier jetzt mal. Yo, du elfgürstel. Ich glaube, er hackt, ey. Danke, Ralf. Alles gut? Ja, es geht so. Dankeschön. Willst du mir auf eine Puppe zeigen, wo dir dieser verrückte Mann wehgetan hat? Ich weiß. Das war Antichristo. Ach, das war Antichristo? Mhm. Ja, interessant. Ja. Alter, weiter. Haben wir das auch mal erlebt. Schön. Also eine der dümmsten Entscheidungen des letzten Jahres mit dem zusammenzuarbeiten, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, aber ihr habt dadurch wahrscheinlich doch einiges an den neuen Abos gekriegt, oder? Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob man das dran festmachen kann. Ich schaue Nico fragend an. Der gibt mir nicht wirklich ein... Also... Ach, Gott sei Dank, Ansel. Hast du gefunden, was du gesucht hast? Nee, leider nicht, aber was soll's. Alles gut? Klar. Kann Ralf dir helfen? Du hast gerade... Ja. Nee, du hast nichts verpasst, wenn wir ehrlich sind. Nein, doch, du hast verpasst, wenn Ralf jemanden rausgeworfen hat. Das war tatsächlich sehr schön. Kann ich mir nicht vorstellen. Das Ralf jemanden rausgeworfen? Ich weiß gar nicht, wenn ich hier stehe und rede. Ich weiß es nicht. Wenn ich ein bisschen näher rankomme, wahrscheinlich. Wir haben noch ein Mikro, ne? Ja. Nee, nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Also, keine Ahnung. Da müssen wir mal schon krasser... Weiß ich nicht. Was hat er gemacht? Geklaut? Zwei Sachen. Kunden belästigt hat er. Er lebte und er tut nichts dagegen. Okay, Lerge. Wollen wir dann vielleicht das Ganze beenden und vielleicht könnt ihr alle vier zusammen nochmal den Menschen da draußen singen oder... Komm, stehe ich hier und singe, kommen Sie von nah und fern. Aber was ist mit der fünften Person? Du musst doch eigentlich nur die Kamera fest hinhalten und kannst das eigentlich ein bisschen rüberkommen. Ich glaube nicht, dass du das musst, oder? Muss er da stehen und das überwachen? Mappets Weihnachtsgeschichte? Oh Gott, ewig hast du sie gesehen noch. Der ist super. Ich weiß, aber Mappets Weihnachtsgeschichte. Mappets Weihnachtsgeschichte ist so. Ja, ich hab die Jury da vorne drauf. Hallo. Hi. Wollen wir das dann beenden für heute? Ja, würde ich sagen, oder? Dann fühlst du dich so unwahrscheinlich. Vor allen Dingen wir. 50 Leute, die ich bezahlt habe, ich suchte schon. Kriegen die insgesamt mehr als bis jetzt bei der Spendenaktion zusammengekommen ist eigentlich? Warum bezahlt man eigentlich? Sind wir da noch im Plus oder kriegen die insgesamt mehr als bei der Spendenaktion zusammengekommen ist? Warte, die UNO überweist uns dann das Spendenaktion. Das war, glaube ich, der Deal. Das wird jetzt aufhören langsam, aber wenn man noch länger hat, die ganze Sache hinziehen, muss ich sehen. Achso, verstehe. Ja, dann. Dann gibt es den Nachtzuschlag. Okay. Wann werden dann eigentlich die Leute bekannt gegeben? Also ich habe es gar nicht umgekriegt. Das geht ja bis Ende zweiter Weihnachtsfeiertag, das heißt dann zwischen den Tagen wahrscheinlich irgendwann irgendwann. Zwischen den Tagen irgendwann die Leute anschreiben. Zwischen den Jahren. Zwischen den Jahren. Zwischen den Tagen. Also in dem Jahr zwischen den Tagen, was? In einem Tag zwischen den Jahren. Genau. In einem Tag zwischen den Jahren. Wisst ihr, woher gerade das kommt, diese Formulierung zwischen den Jahren? Aus DSA. Namenlose Tage. Von Kalenderverschiebung? Von der Kalenderverschiebung? Von der Kalenderverschiebung? Das ist das Jahr. Was? Sonnenwind? Warte, 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 warte. Ah, das war schon ganz gut, aber nicht mit Wind. Sonnenwind. Geminati? Nee. Chemtrails? Tatsächlich geht es um den Sonnenkalender und den Mondkalender. Ja. Danke, Leute. Der Mondkalender ist früher zu Ende. Und zwar genau irgendwie in diesen... Aber der Mondkalender verschiebt sich jedes Jahr. Ja, das ist irgendwie, keine Ahnung, so genau habe ich das auch nicht kapiert. Ihr könnt es ja auch nicht. Ja, ihr habt ja was gelernt. Keine Ahnung, so genau habe ich das auch nicht kapiert. Das ist rein theoretisch, diese Informationen gibt, aber ihr müsst sie selber finden. Ihr habt ja das erst weiß. Man kapiert es mir. Das stimmt allerdings. Ja, ich wollte was lernen, ihr wisst es nicht, aber... Ja, nee. Okay. Schreibt an sie in die Mail. Schreibt sie in die Kommentare rein. Ja, schreibt sie unten in die Kommentare rein. Okay. Frohe Weihnachten und so weiter. Genau, falls wir uns nicht mehr sehen, was wahrscheinlich ist bei den meisten, denke ich. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Vielen Dank an Ralf, dass du deinen Laden zur Verfügung gestellt hast. Vielen Dank, dass ihr da wart. Und vor allen Dingen, dass du auch ganz viel an Spendenpreisen organisiert hast. Vielen Dank an Patrick, dass du gekommen bist und Preise organisiert hast, eine ganze Menge. Krantlinge. Vielen Dank an Silo, dass du mitgekommen bist und uns unterstützt hast. Ich habe da noch diese Maus, die sich angetackert hat, ein Geweih. Können wir die jetzt vielleicht nicht... Ja! Ja, danke. Oh nein. Sie ist nicht mehr abgehauen. Und natürlich vielen Dank an Nico, ohne den, dass alles hier nicht gelaufen wäre, weil er derjenige ist, der das organisiert und alles am Laufen hält. Und einer Maus ein Geweih angetackert hat, beziehungsweise hat er nicht... Nur einer? Das ist nur ein Zitat aus seinem Lieblingsweihnachtsfilm, den wir noch gucken müssen. Ich habe erst mal vom Tisch geschubst, die Maus. Nein, die Katze. Auch. Und vielen Dank an euch, dass ihr zugeschaut habt und dass ihr beigetragen habt zu unserem Charity-Stream. Und irgendwann in den Tagen zwischen den Jahren werdet ihr erfahren, ob ihr gewonnen habt und was ihr gewonnen habt. Bis dahin, kräftig strengen. Genau. Ja, habt noch ein paar Tage Zeit. Okay. Macht's gut. Und bis wir uns das nächste Mal sehen. Das kann auch durchaus noch dieses Jahr sein. Ja, das macht ein bisschen was zu tun. Ich glaube, wir haben noch einen Streaming-Termin. Auch schon. Warte, sind wir noch zu viert? Sieht das aus, als würde ich einen Fahrstuhl benutzen? Ja, Knaller. Ich drück jetzt drauf, ne? Ja, bitte.